Hi! Da ihr absolut nicht genug von meinen ASMR-Videos bekommen könnt, gebt's heute den dritten Teil. Ich hab mir wieder ein paar Sachen rausgesucht. Let's go! Ich freu mich richtig auf die Dose. Schnipsen. Am Ende müsst ihr kommentieren, was euch am besten gefallen hat. Ab... Übrigens, das ist mein 20-minütiges ASMR-Video jetzt online. Link in mein Profil. Ah!